So, jetzt sieht man wieder was, ne? Schnuggi-Man! Da müssen wir gleich noch richtig drin mitputzen, mit dem Mikrofasertuch. Ja. Machst du Gymnastik, Schnuggi? Schwer beschäftigt. Können wir nicht stören. Lassen wir den mal, ne? Ja, dann lassen wir den mal, ne? Guck mal, was wir Feines haben. Ich bin auch so neugierig. Jui, mit Pansen habe ich gehört, dass das Hunde gerne mögen, ne? Und noch mehr Würstchen. Weil euch geht es richtig gut, ne? Ihr kriegt, seid ihr die Petra-Kent-Leckerlis ohne Ende, ne? Millionen, ne? Aha, das ist hier das Ballistol. Boah, mein Gott, das ist ja ganz voll. Oh, da musst du mir dann noch erzählen, wie ich das mischen muss und so. Das kann ich ja bestimmt nicht pur draufsprühen, ne? Dann sagen die Blumen bestimmt direkt komplett. Und tschüss. Ha? Toll.